hallo hier ist martin von money monkey ist das die dachsanalyse 4 minuten freitag den 20 21 4 2023 und unser dachs hat eine kleine abkühlung gebraucht den karl kennen wir noch von gestern ein bisschen peitschen lieber auf dem rücken gekriegt gleich vom schiff gesprungen ja und ab ins kühle nass das war deutlich auch druckvoll ja das waren richtige rote flatschen flanken da war keine lang möglichkeit am morgen gegeben hat sich erst hier unten angefangen ein bisschen zu fangen im bereich wo wir gesagt haben für einen donnerstag achtet hier unten drauf wenn sich hier grüne stundenkerzen aufdrehen kann es durchaus passieren dass er sich von dort wieder aufdrehen und komplett nach oben auch wieder zurückläuft erste zwischenstation dafür gut kannte das so jetzt noch nicht und dann in updates geschrieben werden die 830 die hatte bereits kassiert nächste wäre dann jetzt hier quasi gelbklos 905 und nächstes hoch wenn es ihm gelingt hier weiter fortzusetzen das heißt oberhalb von 830 würde ich tatsächlich am freitag trotz dieser klatsche long suchen weil wir noch im sagen ich mal positiven chartbereich sind der hier über 87 800 begrenzt und weil er eben genau hier unten wie von uns verlangt und erwartet eben auch diese grüne stundenkerze dann gebracht hat aber man muss sagen wenn man denn hier auf irgendwas gewartet hat was einem short eine signal vorlage geben sollte dann ist das definitiv ein erster baustein dafür das heißt sollte unser dax in irgendeiner form runter 15.000 oder tiefer wollen dann fängt er sowas mit so einem tag an das heißt für mich ganz klar wenn ich offene long position habe muss ich jetzt hier reagieren und mir in den nächsten tagen definitiv jetzt hier die extra suchen vielleicht sogar schon am freitag in dem moment wo hier neue tiefs unterboten und auch gehalten werden ja wenn er jetzt so bloß wie am nachmittag hier einmal kurz unter das tief sticht haben auch in unserem update geschrieben wenn er hier bloß unter das tief einmal drunter sticht und kommt gleich wieder hoch dann läuft er an die 830 zurück genau das hat auch gemacht und so wird ich auch hier jetzt vor wenn wenn der neues tief setzt hier 57 37 47 und er zuckt auch direkt wieder nach oben man macht am vorm tag hier unten kurz runter und zuckt direkt wieder nach oben und geht über die 830 wäre das für mich long stop loss hier runter richtung als er doch also das kann man dann wirklich von dort antreten so wie er jetzt nach unten rausgerutscht ist kommt er auch ein paar punkte oben jetzt über das hoch dann drüber wenn er denn hier weiter arbeitet also er muss über 830 drüber dann es spricht hier nichts gegen eine 900 dann spricht auch nichts gegen 16.020 schon zum freitagabend das ist dicke erreichbar muss über die 830 drüber ja das heißt oberhalb von 834 für mich die long vorlage dreht sich aber ein macht unten runter weiß ich gar nicht ob ich das schon unbedingt short haben würde wollen weiß nicht wahrscheinlich sogar nicht ich würde mir ganz gerne das hier noch angucken weil wie vor ein paar tagen schon mal besprochen ist für mich eigentlich eher das ist eine interessante strecke als bis zu dem gap hier runter ist super interessant ab ich sag mal hier den bereich das würde ich super gerne hier auf der short seite traden wollen und auch alles was hier dann so tiefer drin ist das ist das ist super interessant für short hier oben bin ich noch nicht so ganz heiß drauf weil wie gesagt das kann eben auch sein dass er hier bloß kurz runter rammt drunter sticht und das tief direkt wieder hoch zieht und dann wieder hier oben steht so wie die ganzen letzten tage immer wieder vom bewegungsverhalten gesehen war kurz unten irgendwo unter reißen dann wieder hoch und zurück aber es war eben so deutlich dynamik auf der abwärtsbewegung und so zu einem prägnanten roten katz muss man auch sagen dass ich dass man hier schon jetzt gucken sollte dass man nicht erst bei 14.500 dann irgendwie anfängt zu reagieren wenn man dann merkte es gefallen weil der feld der ist jetzt gefallen ist am freitag deutlich und sichtbar gefallen und wenn er jetzt das fortsetzt aber habe ich gerade gesagt am freitag am donnerstag er ist jetzt am donnerstag sichtlich und deutlich gefallen wenn er das am freitag fortsetzt denn dann dann kann er hier gut was einleiten weil wir haben die ganz letzten tag immer wieder darüber gesprochen steil nicht so steil sehr 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 flach kann sein dass er wirklich in so eine dreiteilige korrekturwelle jetzt rein rutscht und die erste station darf man um 15.350 taxieren als ziel als bewegungsziel ne das heißt wenn er uns freitag runter kommt und er nimmt das tief gut an er treibt das tief weiter und drückt sich tiefer dann kann der schon locker auch am freitag mal in 15.600 wieder zurückfallen und dann macht er am montag den satz noch voll und geht auf die 3.50 ja und deswegen würde ich einfach alles was unterhalb von dem donnerstagstief ist schon ein bisschen kritischer sehen und auch durchaus dann gucken dass man vielleicht sogar schon den ersten short mit reinkriegt in den tag wenn der hier unter 800 bleibt dann macht er auch irgendwelche schönen muster zur seite drückt sich weg kommt hier nochmal hoch macht schön rücklauf ran dann kann man sowas durchaus short probieren das würde ich das würde da wäre ich nicht mehr abgeneigt jetzt wo eben auch eine schöne signal vorlage kommt ja klingt natürlich immer am tag der umkehr für diejenigen die tagelang gegen den ab auf anstieg gegen gekämpft haben klingt es dann immer ein bisschen lächerlich wenn ich dann sage okay jetzt nach 200 300 punkten wird ich short eben dann auch suchen aber was hat man im maximal an nach so einem tag hier an der strecke vielleicht ausgelassen oder verpasst wie auch immer das ist immer unverhältnismäßig als wenn ich mich gegen die komplette bewegung jeden tag immer wieder dagegen stehe und hier 300 500 1000 1500 punkte gegen den trance dann lieber einen tag wirklich verpassen bewusst auch vielleicht sogar den zweiten verpassen sagen okay kack drauf auf die nächsten 100 punkte darunter aber da drunter habe ich einen sicheren trade einfach wo ich mein eingesetztes risikokapital mit noch geringerer wahrscheinlichkeit hinten hinten in den absoluten dreck trete weil es eben mit erhöhter wahrscheinlichkeit dann ein take profit werden kann ja und da stehe ich auch vollkommen dahinter da lasse ich auch immer weil ich weiß das kommt dann immer gerne kommt viele leute immer so wir sagen ja jetzt war ich die ganze tag short ja und jetzt ist schon tiefer als die ganzen tage wo du immer gesagt hast es kann steigen da stehe ich voll dahinter weil ich einfach auch sehe bei den leuten dass das anders nicht funktioniert man muss den leuten das in den kopf bringen dass mit dem trend handeln die bessere wahl ist als der gegner funktioniert einfach andersrum nicht ja und da gehört auch dazu dass man am tag der umkehr wenn sie denn kommt tatsächlich sich dann eben auch dreht öffnet und sagt okay scheiß drauf ja ich habe blog gesucht ich wollte hier noch weiter ja und aber er dreht jetzt jetzt reagiere ich jetzt passe ich mich an wenn er weiter fällt wenn er nicht weiter fällt und er geht über 830 rüber kannst du hier genauso wieder die longstropf klopfen wie vorher rein in die 900 rein in die 16 rein in die 16.100 und schon hatten wir wieder 300 punkte drinnen die man hier vielleicht auch irgendwo gefühlt verpasst hat ja also soweit das zu meiner einschätzung also ich oberhalb von 830 eher long rentiert richtung 900 gap close und eben auch höher könnte man das dicke vorstellen dass er dann auch eine 16 20 zum freitag anläuft wenn er sich denn hier eben gut gehoben kriegt und ansonsten unter unten ganz genau hingucken mal im bereich um 47 37 wie kommt so ein neues tief wie gesagt zuckt das gleich wieder nach oben dann geht er wieder hoch dann geht er an die 830 zurück zuckt das aber nicht und er bleibt hier unten oder drückt vielleicht sogar am neuen tief noch nach unten das wäre für verkäufer eigentlich perfekt für die die den tags tiefer sehen wollen dann ruhig mal mit einplanen dass der uns schon richtung 600 laufen kann am freitag und dann ist das eigentliche ziel der bewegung eher im bereich um 350 zu suchen ja so also können wir uns dabei belassen würde ich jetzt hier zumachen und wünsche euch viel erfolg gutes gelingt zum freitag schönes wochenende schon mal und dann hören wir uns am sonntag wieder für die analyse zum montag bis dahin tschüss jetzt Untertitelung des ZDF, 2020